Wir haben heute einen sehr unerwarteten Guest hier in der Alte Försterei. Das ist Herr Justin Sullivan von New Model Army, der hier für ein Peace-Konzert war am Sonntag. Er war hier für den Dortmund-Spiel am Setag. Wie war es für dich? War es dein sehr erstes Spiel hier? Es war mein erstes Spiel hier und ich liebte es. Es gab viele Dinge, die ich liebte. Die Atmosphäre ist etwas Besonderes. Und du hast mir gesagt, die Geschichte des Klubs und die Stadien, und das Thema über die Klubs und die Gemeinschaft. Die Atmosphäre war komplett großartig. Und dann ist es immer besser, zu unterstützen kleine Teams, denn du hast nicht zufrieden, ob sie zu verlieren oder zu gewinnen. Ich habe in England zu unterstützen Watford und Bradford City. So, Watford, wo ich war, und Bradford City, wo ich lange war. Und sie sind beide kleine Klubs. Wenn sie verlieren, sie verlieren. Wenn sie gewinnen, dann ist es gut. Wenn sie gewinnen, dann ist es gut. Ich muss sagen, es ist die erste Mal, dass ich ein Spiel gesehen habe, auf der Grund level. Weil ich war mit Anna, die Tobe ist 10 Jahre alt. Und wir gingen nach vorne. Und sie war meine Guide. Sie war sehr gut. Und sie singen alle die Songs. Es ist etwas strange, dass ich singe Onion. Weil es ist Swiebeln in Englisch. Also, Onion Berlin. Ja, Swiebeln Berlin. Okay, ich kann das singen. Und das singen. Und das singen. Und die solidarität mit dem Team. Und die Idee der Gemeinschaft. Das ist das, was Football sollte sein, ich denke. Und es ist nicht, in vielen Fällen, in Britannien. In der gleichen Weise. So, ich bin hier, als guest. Und ich werde unterstützen Onion Berlin. Und ich habe sie gehört, ich habe sie gehört. Und ich möchte die Team unterstützen. Und natürlich, ich möchte die Team auch lieben. Und ich fand, auf Saturday, dass ich das Team wirklich liebte. Ich liebte, wie sie spielten. Ich liebte, wie sie spielten. Ich dachte, dass einige Spieler waren wirklich, wirklich, wirklich gut. Und es war einfach eine einfache Team, die zu fallen in love mit. Das ist sehr schön zu hören. Wollt ihr wissen, dass es eine neue Model Army-Song gespielt wurde? Ich habe es nur, weil Anna angefangen hat. Sie war so, oh. Und ich war so, oh ja, das war's. Wollt ihr das noch gespielt? Es war 51. USA. Funnily enough, wir haben es nicht seit Jahren gespielt. Aber jetzt, mit dem Brexit, ist es schon wieder auf der Agenda. Wir haben es schon wieder angefangen. Das ist gut. So, wir schauen uns weiter. Wir sehen uns in Berlin, die Newborn Army in Berlin spielen. Ja, wir sind in Hoxlis in Oktober. Cool. Schön, dass Sie hier sein. Ich bin herzlich willkommen, dass wir uns zurückkommen. Vielen Dank. Ich werde. Wenn ich ein Ticket bekomme. Es ist ziemlich schwierig, hier zu bekommen. Aber ja, es ist ein wunderbarer Club. Vielen Dank, dass Sie kommen. Und Sie haben eine sehr gute Zeit in Berlin. Vielen Dank für ihn, Justin. Thanks.